recht herzlich willkommen zur 98 folge von towns so wir sind wieder im spiel wo bin ich denn jetzt hier ok da hier ist die oberfläche genau gucken wir mal rein wie sieht es aus gucken wir erst mal am essen da sieht es bestimmt wieder schlecht aus oder kein brot äpfel und bieren sind noch da warum wird kein brot mehr produziert getreide ist da liegt es dran dass jetzt die entscheidenden leute hier nicht mehr sind gruppe essen doch sind noch zwei da die sollten das auch machen wo die sind ok die person ist jetzt wahrscheinlich am essen holen die andere personen ja beide sind mit essen machen beschäftigt so aber die anderen was machen die anderen 18 leute die irgendwas machen aber nicht das was ich mir jetzt vorstelle nämlich essen okay da wird kuchen gegessen apfelgut zum essen ja weil keine andere sachen gemacht werden die ernten natürlich auch jetzt teilweise hier wollen alles blau ist schwierig hier ist ja noch rüstung zum beispiel target 1058 da gibt es doch welche die bestimmt nicht so was tolles anhaben hier zum beispiel machen wir mal gleich dass diese person da mal gerade die waffen beziehungsweise rüstung tauscht waffen weiß ich jetzt gar nicht ob das klappt aber das sieht schon ziemlich gut aus weil hier die zwei sachen können alle ausgetauscht werden wahrscheinlich passiert jetzt aber nix die ständer sind ja auch voll aber wurden wurden aber da gibt es auch andere sachen kommt ins bier da ist nix drauf da hier ist obkommende nithelm nix drauf ok das war gleich noch mal reingucken was da passiert aber jetzt sind schon mal ein paar mehr ne doch die gehen nur vorbei ne ernten tun immer nur noch zwei wahrscheinlich und das sind die beiden die wir da in auftrag gegeben haben wenn überhaupt ich glaube es sogar nur einer momentan ok da wird es geerntet tatsächlich zwei leute machen drei leute sind bei der ernte wir können mal eine stelle um das fällt mir gerade so auf ja es gibt kein brot wir sind es nur noch 17 das ist auch schlecht happiness fehlt sollten wir noch jemanden anstellen vielleicht sollten wir das noch tun hier ist ja keiner mehr ne jetzt gehen wir mal hier drauf gucken er muss gleich schlafen aber 1200 damage 4000 defense ist das so richtig 1200 227 34 sind das dann und damage ach der hat auch noch 346 alles klar dann gibt es wohl irgendwie noch eine grund damage wahrscheinlich naja hier der dritte hier ist schon mal mit defense schlecht die fans 28 das war hier unten 24 24 war niedrig 24 ist niedrig gut dann würde ich sagen die 24 person kriegt eine andere job group und die gehen wir zum essen die beiden beim essen was haben die für die fans auf 47 48 24 dann würde ich ja fast sagen die machen wir weg den auch und dann gibt es hier noch die 2 28 hier die werden wir dann noch mit zwei noch über 27 da bergmann haben wir noch einen alles klar gut läuft ja ist die frage ob man das nicht besser noch mehr aufteilen würde nur noch 16 schon wieder jemand gestorben ja bergmann haben wir noch die sind auch noch da ja change jobs ok essen ist denn der richtige job hier ausgewählt ernten schlachten transportieren ok ich sehe schon dann ernte helfer mache ich dann mal raus das erste buchstabe groß wäre schöner gewesen aber der pfeil zurück geht nicht ich muss erst ein ganzes wort neu schreiben so erntehelfer gruppe gemacht so und dann würde ich sagen aus der gruppe essen nehmen wir den besten raus ne 27 28 28 28 die mittlere person wird jetzt erntehelfer gut gut dann müssen wir aber die gruppe auch noch verändern die nehmen wir raus und in dieser gruppe können wir erstmal alles so machen außer das so dann müssen wir aber noch einen zweiten rein haben glaube das ist einer zu wenig gucken wir nochmal was wir so haben vier 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 drei 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 ist niedrig ne ne da ist ne 2,9 zack gruppe erntehelfer so ach so beim essen was machen die beim essen jetzt noch das ist die frage tragen auch noch das brauchen die nicht die müssen nur schlachten backen und kochen dann das passt dann schon gut der bergmann wohl construction meinen dick muss der auch machen die beiden sachen muss der machen das klappt und building vielleicht die noch dazu nehmen was war das item construction machen wir auch noch dabei und tinning & shopping ne das machen wir nicht beim erntehelfer bei das lassen wir aber da holen wir noch eine zweite person zu 2,7 vier ich glaube wir waren schon bei den unteren überall gewesen ne ich glaube die 3,3 können da mit rüber sind jetzt die 3,3 geblieben da bergmann gut haben wir ja so geerntet wird jetzt genug das ist mir so ein makro rum wie es aussieht hier wir haben schon mal zwei brote 10 und 20 das läuft schon mal besser vielleicht ne kann das sein hier haben wir schon noch Dinge ausgewählt das da umgegraben wird passiert auch noch nicht ich will doch noch mal gucken ob wir noch eine weitere gruppe machen könnten bergmann erntehelfer holen wir mal rein also was wir nicht mehr brauchen ist das 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 nicht das nicht ich building brauchen wir auch nicht und das auch nicht da haben wir schon handeln ist jemand nachwohl handeln ne brauchen wir nicht das war schon so das das und das machen wir in einer gruppe genau genau aber was nennen wir das gute frage ne tuning in shopping hm keine ahnung wie man die gruppe nennen könnte holz fäller ah das umlaut kennt er nicht holzfäller plus nehm ich den ganz einfach plus kennt er wahrscheinlich auch nicht ne ne kennt er auch nicht holzfäller unterstrich geht auch nicht plus muss ich dann direkt dran schreiben leerzeichen geht auch nicht gut so dann brauchen wir den noch vier acht vier sieben vier zwei mit vier zwei ne da ist noch drei sieben gut mit der holzfäller vier neun vier neun machen wir den noch dazu und dann ist gut so überall zwei drinnen ne ja der rest macht andere dinge ist nur die frage ob es so besser wird ne obwohl ist sie so organisierter vielleicht vielleicht klebt das mal steigt grad ne sind schon mal 30 liegt ein bisschen dran dass wir gerade auch wunderbar Brot haben ne zehn stück vielleicht klappt es ja noch dass wir wieder welche dazukriegen wird ja auch zeit 31 und 732 ja müssen wir auch kommen da unten sind schon zwei felder jetzt auch umgegraben die festen zugeordnungen bringt es vielleicht ne hm vielleicht müssen wir die jobs noch besser aufteilen können wir auch noch machen indem wir ganz einfach noch jeweils eine person zuordnen jetzt fällt es grad wieder einmal 30 ist ja schon relativ gut machen wir doch mal ja jetzt ist auch egal wer wo bei ist wir machen einfach einen noch beim essen einen Bergmann einen Erntehelfer und einen Holzfäller die anderen machen andere dinge so jetzt klappt das hier auf jeden fall geht zwar grad ein bisschen runter aber das werden wir schon neu in Kraft kriegen hier wird schon weiter umgegraben lassen wir nur überlegen was wir da hin machen wollten ne da sind schon zwei zum umgraben gekommen ernten hier oben wird noch an wo wurde ausgebaut da oben gar nicht ne da hinten wird ausgebaut ja da kommt auch jemand und macht das tatsächlich gut läuft also wieder sind 29 essen ist viel da ich bin dann überlegen eine reine Trägergruppe noch anzulegen wäre vielleicht nicht verkehrt oder erntehelfer Bergmann essen diese gruppe machen wir nur eine Trägergruppe das weg und das hin gut in die gruppe müssen dann noch welche rein ich hab schon wieder einen verloren das ist gruppe 5 glaube hier ist ja noch unbedingt hier im der 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 Die tragen wir auch nicht. Die tragen wir auch nicht. Nur die Frage, ob irgendwer die Tiere noch füttert. Zum Beispiel. Aber ich glaube da sind... ne, doch, die machen es okay. Jetzt muss mal gucken, ob das läuft. Wir haben runtergegangen, bis auf 20 jetzt sogar. Es sah erst so gut aus, ne? Wollen wir nicht anmachen, können wir mit der ausmachen. Brot sollen auf Vorrat sein, 12. Dann klären wir auf Vorrat. Achte. Okay. 22 von 30. Hier unten läuft es. Obst und Gemüse. Wie viel haben wir da? Da ist die Frage dann noch. 13 und 10. Ich glaube wir machen da noch eine Reihe Äpfel hin. Und eine Reihe Bieren. Machen wir hier auf. Da auf. Nehmen wir erst die Reihe Bieren hier hin. Und hier unten machen wir eine Reihe Äpfel hin. So, da haben wir zwei Reihen Bäume. Und wie sieht es hier oben aus? Haben wir nochmal drei... ne, normales Holz ist genug. Und zweimal diese Birken oder was es auch sind. Passt eigentlich. Ja, dann, na guck mal, ist auch schon angepflanzt. Na, da müssen wir noch gucken, dass wir vielleicht mal ein bisschen auch die... ...dingen zu hochschrauben. Sag schon, das Ernten der... ...Früchte. Aber das ist schon auf 10. Oh, 15 raus. Gut. Das können wir ja auch ausmachen. Kann einklappen. Ja. 29 sind wieder nah dran, ne? Wäre ja schön, wenn wir jetzt gerade mal ein paar mehr kriegen. Dass da wieder was läuft. Aber ich glaube, das Essen ist gerade wieder ein bisschen knapper geworden. Geht gerade wieder runter. 28. Hier ist schon weiter zugebaut worden. Kann man nur in Auftrag geben. Zurück. Den Weg. Den Weg. Den Weg. Den. 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 war sein angriff und da sind reichlich grüne schleime 15 26 das nicht so doll so daher zu macht das muss weg klick drei namen war ich will weiter laufen lassen ja hoffentlich verteidigung einigermaßen funktionieren eigentlich müssen die hellen jetzt hier erscheinen und die angreifer angreifen das machen sie auch nicht naja so die laufen los und hier wird gekämpft sieht gut aus allerdings die laufen sogar hinterher gesund ja ich glaube das funktioniert hier ich glaube das ist kein problem mehr gut aber wir sind mit der folge schon wieder durch ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss